Was ist mit meinem Berufsplan? Als ich angefangen habe mit meinen Berufsplänen, da wollte ich ganz dringend in der Kultur arbeiten. Mein größter Berufstraum war eigentlich, vielleicht mal später der Marketingchef der Kölner Philharmonie oder sowas zu werden. Zu der Zeit hat man gedacht, dass in der Kultur alles wahnsinnig wachsen wird und dass man eigentlich nur mit einer fundierten kaufmännischen Ausbildung, BWL-Studium überhaupt was werden kann in großen Häusern, großen Museen. Deshalb habe ich zunächst mal eine Bankausbildung gemacht und danach eben BWL studiert und parallel Theaterfilm und Fernsehwissenschaft und Kunstgeschichte. Das waren dann eher so meine Neigungen, aber ich dachte, das andere muss ich als Pflicht machen, damit ich dann die Aufgaben auch übernehmen kann, die mich interessieren. Was ist mit dem Ausstellung der Art of Pop Video? Ja. Ja. Was ist mit dem Ausstellung der Art of Pop Video? Zum einen, dass es eine Dramaturgie in dem Video gibt, also nicht einfach nur eine Aneinanderreihung von Bildern, die keine Spannung erzeugt, sondern das Video muss einfach tragen. Es muss irgendwo so von Anfang bis Ende eine Spannung erzeugen, dass man es sehen will. Und das Zweite ist eben, dass diese Verbindung von Musik und Bild, bewegtem Bild auf der anderen Seite, was Neues macht. Also, dass die Musik alleine oder das Bild alleine nicht das Gleiche erzeugt, wie das, was da zusammenkommt. Weil nur dann ist es aus unserer Sicht eine eigene Kunstform und etwas ganz Besonderes, Spezielles, wenn eben Musik und Bild eben gemeinsam etwas Tolles ergeben. Die größten Widersprüche liegen eigentlich immer darin, die Sachen zu machen, die man interessant findet und dabei trotzdem nicht zu verhungern. Das ist gerade im Bereich Filmproduktion mitunter gar nicht so einfach. Man darf so einen Film pro Jahr machen. Im Dokumentarfilmbereich bleibt dann eigentlich mehr oder weniger gar nichts über. Also, da ist sehr viel Neigung. Und widersprüchlich sind eigentlich die Sachen, die ich mache, gar nicht. Die ergänzen sich alle ganz perfekt. Die Kontakte aus dem einen Bereich helfen mir im anderen Bereich. Was schwieriger ist, ist, dass Leute sich nicht so richtig orientieren können, welchen Hut hat der Mann denn jetzt gerade auf. Und das ist vor allen Dingen in der Vergangenheit immer auch ein bisschen schwierig gewesen, dass man, ja, ist ja jetzt Produzent, macht ja gerade Marketing, ist ja Veranstalter. Da ist die Branche, gerade die Filmbranche und auch so ein bisschen die Kunstbranche, ich sag mal, die hätten es lieber gerne sehr einfach. Das ist in den letzten Jahren ganz klein bisschen anders geworden, weil das, glaube ich, auch mehr oder weniger jetzt auch für viele Leute, viele Studienabgänge auch zu einem ganz normalen wird, dass man in vielen Professionen zu Hause ist, dass man sowohl Cutter, Kameramann, Regisseur, Fahrer, Koch, ich weiß nicht was ist. Und dass sich eine Lebenstätigkeit aus vielen Facetten zusammensetzt. Aber das war vor zehn Jahren sicherlich noch nicht so und da hätte man es gerne sehr, sehr klar und eindeutig am liebsten gehabt. Jetzt sind wir mit bestrebigen